Wir befinden uns hier in der Antoniterkirche, mitten in der Schildergasse. Hier tobt das Leben und da vorne in unserem Foyer kann man wieder in die Kirche eindrehen. Zu uns kommen unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichsten Gründen. Manche haben früher schlechte Erfahrungen mit der Kirche gemacht, haben dann aber einen schönen Gottesdienst erlebt, sind Gott begegnet oder haben Gespräche mit Menschen gehabt, die irgendwas in ihnen in Bewegung gebracht haben. Manche treten aber auch aus ganz pragmatischen Gründen wieder ein. Die wollen in der evangelischen Kita anfangen oder in dem evangelischen Krankenhaus. Ich finde das Interessante, dass die Menschen so unterschiedlich sind. Und das finde ich gerade so spannend, weil ich denke, die große Kraft von Kirche ist, dass wir hier so unterschiedlich sind. Also hier komme ich mal aus meiner Filterblase raus. Hier sind Menschen, die sind viel älter als ich oder viel jünger als ich, die haben andere Lebensentwürfe, die denken politisch ganz anders als ich. Aber wir bleiben trotzdem beieinander. Wir sind miteinander auf dem Weg, wir ringen miteinander, wir diskutieren miteinander, aber wir lernen auch voneinander. Und deswegen finde ich es für mich wichtig, bei Kirche dabei zu sein. Vielen Dank. Danke. 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 Danke.